Wie kann es sein, dass man in Deutschland keine Wespen mehr töten darf? Diese Sch***** greift mich jeden Tag aufs Neue an, um am Ende des Tages wieder erfolgreich mein Wohlgenehmigsteres Nutella-Brot zu stehlen. Und ich sag euch ein, so schnell kommt mir dann niemand davon. Früher habe ich in solchen Situationen ganz geschmeidig meine neue geölte halbautomatische AK-47 rausgezwirbelt und mit ein, zwei gezielten Schüssen auf die Wespe meine Lage verteidigt. Aber mittlerweile muss man das jetzt so machen. Guten Tag, die Wespe. Ich würde es sehr präferieren, wenn sie mein Grundstück unmittelbar verlassen würden. So funktioniert das nicht.